Mit der Prognose für den 28. Januar 2012 stand 22. Erster 12 morgens. Berlin heiter 0 Grad, Dresden heiter 0 Grad, Dortmund heiter 2 Grad, Fienzburg heiter 0 Grad, Frankfurt heiter 2 Grad, Freiburg heiter 2 Grad, Hamburg heiter 0 Grad, Köln heiter 3 Grad, München heiter 1 Grad, Ostdeutsch heiter 0 Grad, Stuttgart heiter 1 Grad.